Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar diesmal wieder aus der Challenge zusammen mit einem LS-Profi. Moin. Danke, dass du meine Schauspiels und meine Grüße. Gehört sich so. Gehört sich nicht so. So ist es also. Ich war da auch da wo du fangst. Keine Ahnung, wo war ich so oft um die Kurve geflogen bin. Und ja, besser man immer da beim Häckseln und ja. Uuuuhh, 91 Prozent. 91 Prozent. Hau den ab, schau mal, Gehle. Ich weiß nicht, was kommt hier bei der Finale. Da kann ich das ganze Zeit gut an der Arbeiter-Hex sehen. Ja, den Scheiß da noch macht. Ja, wir brauchen euch aber hier bis dahin. Oha. Wofür? Danke, danke. Was wohl? Ich sag ja nie Danke, ey. Ich sag ja nie Danke. Also kannst du auch immer wieder drücken, wenn du weißt. Ist einfach zu spät. Ich sag ja nie Danke. Diff, Diff. Ja, das reg ich mal außerhalb. Das reg ich mal außerhalb der Aufnahme, gell? Das reg ich mal außerhalb der Aufnahme, gell? Herr Chris? Ich sag ja nie Danke. Ich sag ja nie Danke. Oh Mann, ey. Ich wollte was anderes sagen, wenn er es mir rausgebracht hat. Ich sag ja nie Danke. Ich sag ja nie Danke. Oh Mann, ey. Das klippt keiner, okay? Doch. Ich sag ja nie Danke. Ich sag nie Danke. Ich sag nie Danke. Ich sag ja nie. Ich sag ja nie Danke. 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 Was? Ich sag ja nie Danke. Ich sag ja nie Danke. Da kam ein Fuchs. Da kam Ballen von ihm. Da musst du aufpassen. Ja, ja. Ich sag ja nie Danke. Das wegen. Wow. Ich koche mal. Ich schaue mal. Jäge mal. Oh ja. Wiem, was ich nicht? wow was denn gut so gut dass ich nicht live bin scheiße richtig das war auch feuchte Knopf Neimanfahrer alle wir haben ja fast das ganze Feld schon weg ey wie lange hexeln wir jetzt alter ich hasse diesen LKW das scheiße LKW ist einfach zu scheiße zum fahren ich geh normal in die Kurve ich muss nicht in der Kurve fahren ich fahre mit dem 1050 auch 73 Kurve ich fahre mit dem 1050 auch 73 Kurve normaler ja, da war voll der Rundback nicht immer gut, das stimmt aber 390 95 95 96 Tschau Tschau 97 98 99 Rund. Sympathisch. Was ist das für ein Feldweg? Warte. Jetzt bin ich auf dem Feldweg. Oh, Alter. Was sind das für Geräusche? Okay. Das ist doch so hoch. Ich bin kurz zum Pferd bei euch. Was ist Chris Pferd? Candy Lunch. Da ist Chris' Game jeden Tag. Chris' Game, bist du eigentlich eingeschlafen in dem Ding? Steh mal wieder auf. Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Hör ich schon die ganze Zeit, Junge. Jetzt ist der Motor. Ich glaube, du hast voll am Abgas geschnuppert. Ich sitze ganz weit weg vom Abgas. Da war bei Ding dabei. Stimmt. Die Klimaanlage, da kommt keine frische Luft raus, sondern die Diesel, Junge. Geil. Schnüffeln da hinter schnüffeln? Ich verstehe. Weiß ich auch nicht. Warum tun Leute Drogen schnüffeln, Junge? Wenn die einfach am Dieselrohr schnüffeln können. So ein Ding ist es. Alle Leute, die Drogen nehmen, einfach her. Ihr müsst am Diesel-Ding schnüffeln, dann seid ihr für die nächste Woche erstmal durch. Das ist meine Droge. Am Diesel. Am Diesel. Am Diesel. Am Diesel schnüffeln. Schöss ist es an diesem Dieselverstand, wie wir sich denn. Bei der Tagstelle bin ich immer der erste, der da am Schnüffeln ist, Junge. Boah ey! Aber ich bin immer da! Wieso die Katze rum? Wie ist das bei mir? Wo bist du? Ja, glaubst du? Ich hab dir gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Das ist ja mit der Abgase schön vorgewärmt ist zum Einleiten Da schreit irgendwo auf 1550 ein schöner Crash Es ist einfach zu spät um aufzunehmen Weil der Kollege zwei Stunden zu spät kommt 2,5 und Du erkennt glaube ich keine Ironie Oder? Den Motor muss auch an Schneid wir gar runter Was? Ist mein Tee gesund? Ne, mein Tee ist nicht gesund Junge! Was ist das für eine Werbung, Alter? Machen wir heute das Feld noch fertig, oder? Ja Was? Das Feld machen wir heute noch fertig abgeführt Echt? Ich hab mir das gesagt, dass sie gehen Was denn? Was denn? Was denn? Das ist eigentlich nichts, was? Nix! 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 Das Feld macht Ich hab mich nicht Angst Nein Angst Nix! Dein Angst Dein Angst Dein Angst Dein Angst Dein Angst Dein Angst Chrissy Gaming Ja Dann machst du bei dir bei 99 99.1 Na Na Doch Nö Doch Weil sonst müsste der Stream bei dir 101 sein, das ist ja scheiße Schwitz nicht Ja, dann mach so wie du denkst Schneid weg runter 4% 94 Ja, kein Problem Ja Junge, fahr Uuuuund 100 Richtig gegen mich, jetzt redest du mal, wir sind die ganze Zeit am reden Jo Ähm Was fällt mir denn eigentlich gar nix Äh, Jo Ähm Ja Was haben sie geplant für das Wochenende nach der Aufnahmesession? Wenn? Wow Ich geh morgen früh um 6 Ich muss mal um 5 Uhr aufstellen, du Klappsparen Wer? Was wissen da am Auspuff, nur mal am Auspuffen, oder was? Wow Er heißt nicht, er ist Profi Ja, ich soll nicht so Ich schlauze Ich schlauze Also ob ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen oder auch mal um Auspuff zu stehen Jo Ja, bei dir das ist hier So vor der Schule Schnüffel dich immer an dem Motor-Roller-Auspuff von der Lehrerin, Junge Vom Roller, Junge, was sinkt denn hier schon wieder? Ähm Ähm Ich weiß ja nicht, warum du um 5 Uhr bei deinem Lehrerin bist Und mal an dem Auspuff zu schnüffeln Ja, 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 ja Schade Ach, Mann, ich hasse diesen LKW, Junge Ich hab'n so blöd damit zu fahren, Alter Die Kurvenlage ist scheiße, der Rest ist geil, nur die Kurvenlage ist einfach nur scheiße Falt mal Nö Ich fahr' lieber halb 50 mal in die Kurve rein und leg' mich um Huuu 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 Die Folge muss ich mir aufheberen Nö, lass ma Nö Die Guggingma Nö, 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 ich glaub' ich lad' dich doch nicht hoch, Schmaß Schieb Miegegass Nauschalt, der Otenenskvögen YouTube hat Nein gesagt Ist schon ne Folge hinterher, komischerweise Nein Stimmt nicht Chrissy Gaming ist einfach ne Folge zu weit Ich bin genau auf dem gleichen Stand wie Chrissy Gaming Genau auf dem gleichen Wir haben Aufnahmesessions, die haben immer nur gerade Zahlen Ja Aber du hast ne ungerade Zahlen Das funktioniert ja nicht Ja, dann frag mich, warum ich auf dem gleichen Stand wie Chrissy Gaming bin und trotzdem eine Folge weniger hab' Und jede Folge genau gleich ist Ja, ich hab' auch schon geguckt, ähm, die sind noch nicht mehr drin in der Playlist In der Folgenanzahl Das ist ja das Problem Und ich bin ja schon alle Folgen durchgegangen, ich weiß ja warum das so ist So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da Schaut's beim Herren Kollegen vorbei Und ja, der hat schon wieder seine komischen Anwendungen Und jo, dann sehen wir uns zum nächsten Mal zum Finale Bis dahin, macht's gut, tschau tschau tschau